So, wir bewegen uns nicht mehr drauf zu. Also wir gehen jetzt auf Gegenrichtung und brennen zurück. Auch rückwärts blind fliegen im All beim Docken. Nee, komm. Warum veränderst du verdammt immer wieder deine Position, du doofes Kleines? Also muss ich nach... Nein. SRS. Also schieße ich einfach meinen kleinen Dingens da vorne weg, weil Leertaste ja abspringen ist und ich nicht im Dock-Modus war. Im Dock-Modus hätte das SRS angemacht. Ah! Neuladen. SRS an. Stabilisier mal. Wie auch immer du das stabilisieren willst. Okay. SRS aus. Kein Treibstoff mehr. Nächster Versuch. Versuch Nummer 8 oder so. Nach jetzt 2 Stunden schon mindestens aufnehmen am Stück. Drück. Okay. Drück nicht die Leertaste. Drück nicht die Leertaste. Wenn du nicht im Docking-Modus bist, denn dann schießt man das kleine Ding hier auf Körben. Oder versucht es zumindest. Also. Die Steuerung ist vollkommen abgefahren. H ist vorwärts. N ist rückwärts. J ist links. L ist rechts. Stell dir das mal auf dem Keyboard vor. Oder versuch das mal nachzumachen. Dann ist K nach oben. Und I nach unten. Ja. Das ist gar nicht mal so doof. Okay. Und den Docking-Modus habe ich jetzt aufgegeben. Der ist ganz doof. Den will ich nicht. Das heißt, ich versuche das Ganze einfach mal so. So. SRS. So war das nicht geplant. Aber wir könnten gerne mal einen Zielschieß machen. Ob ich das Ding treffe von da hinten. Neuladen. Versuch nochmal, keine Ahnung, 10, 11 oder so. Nach drei Stunden aufnehmen. Ich komme langsam mit der Steuerung ein bisschen besser klar. Das letzte Mal haben wir einfach nicht genug Treibstoff gehabt. Das heißt, ich trudel jetzt ganz gemächlich. In die Richtung. Erstmal sollten wir dann Ziel auswählen. Set das Target. So. Dann drehe ich mich jetzt entgegengesetzt der momentanen Bewegung. Das ist ganz grob. Das flackert immer nur so auf. Ganz grob. Hier. Dabei würde ich mich auch gerne stabilisieren. Das will er aber irgendwie nicht. SRS an. So. SRS. Aus. So. Gegen. So. Kamera drehen. Kamera drehen. Da ist das Ziel. Wo ist... Da ist die Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt hier Gegenschub gebe. Wenn ich das Ding dann mal erwische. Abbremsen, 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 abbremsen. So. So. Uuuh. Oh 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 oh. Uuuh. Da. Nee Das soll es jetzt erstmal auch gewesen sein Für diesen Zusammenschnitt Ich habe langsam keine Nerven mehr dazu Und ich werde auch zu müde Das heißt in der nächsten Folge werde ich fleißig weiterprobieren Und vielleicht kriege ich es dann ja auch hin Also bis denn